Anpacken, einfach mal machen, miteinander Zeit verbringen und dabei vertrauen. Das sind wir, die Evangelische Jugend Großhansdorf. Wir sind nicht nur Kirchenbank und Armen. Wir sind ideenreich und bunt. Wir sind laut. Wir sind Stockbrot am Lagerfeuer. Wir sind 14 Tage Zelten im Wald. Und richtig großes Kino. Engagiert sein, das wird bei uns groß geschrieben. Werteschätzen und wertschätzend. Ich bin begeistert davon, wie die Evangelische Jugend sich hier bei uns einbringt. Die Gemeinschaft hier bei der Evangelischen Jugend, das ist das, was ich meinen Kindern wünsche, was ich selber gerne erlebt hätte. Top. Hier und dort unterwegs sein, gemeinsam Zeit verbringen, Abenteuer erleben, Segeln, Toskana, Bassum, Taizé. Und dann ist da noch der Mittwoch. Jugendtreffen mit Spielen wie Werwolf oder Activity oder Tiefkühlpizza am Kochabend. Vollkommen egal was, denn hier kannst du sein, wie du willst. Und sein, wer du willst. Herzhaft lachen, aber auch zusammenstehen und Mut machen und ein Licht entfachen. Zusammenhalt. Freitag. Geborgenheit. Das macht uns aus. Wir sind ein Team. Wir sind die EJG. Ich bin die EJG. Ich bin dich. Bis zum nächsten Mal.